Hallo, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Portal Stories Metal. Ich weiß gar nicht, ja, ich musste hier rein, okay. Gut, nice. Ladebildschirme, Leute. Ja, ich liebe sie. Ich bin mal, ohne Witz, sehr gespannt, wie lange dieses Projekt eigentlich geht, weil es sollen ja 90 Tests, kann man das so sein? 90 Tests? Wurde ja am Anfang gesagt irgendwie, ob das halt noch so stimmt, weil das ja vor der... weil es ja vor dieser, ich sag jetzt mal, Zeitreise war. Was macht das hier? Ah! Okay. Ich muss irgendwie erst mal... Oh. Ähm. Moment. Auf dem Boden sind keine Plattformen, ne? Ähm. Was hatte ich gesagt? Genau. Ich bin mal gespannt, wie viele Tests es wirklich sind, weil es ja vor der Zeitreise gesagt wurde, dass es 90 Tests sind. So, das bringt mir ja nichts, ne? Das hier... Auch nicht so. Das holt halt ein Cube her. Aber wo landet der denn? Leider, wie es aussieht... Leider, wie es aussieht... Ah, okay. Okay. Dann bring mir den mal her, bitte. Alles klar. Alles klar. Oh. Okay. Ah, ne. Da komm ich ja gar nicht durch. Stimmt. Okay, Moment. Dann muss ich das einmal von hier aus machen. Dass ich dann jetzt einmal darüber gehe, sag ich mal. Ich wette, da brauche ich auch den Cube, oder? Okay, haben wir das. Da brauche ich den Cube auch für. Okay. Kriege ich den, wenn ich den hier... Der muss mir rüber geschickt werden, ne? Warte mal. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten mache. Ich muss den ja irgendwie nach da oben kriegen. So, jetzt bin ich hier. Ich mach jetzt erstmal das weg. Wenn ich den dorthin backen würde... Dann würde der ja erst angesogen werden, danach abgestoßen. Ja. So, dann würde er da landen irgendwie. Wenn ich den jetzt also... Habe ich hier oben noch was? Nee. Wenn ich jetzt das Portal da oben... Da oben müsste ich es hin machen. So, damit das hier halt... ...abgestoßen wird. Aber... Das kriege ich ja gar nicht erst hin, ne? Ich bräuchte halt da einen neuen Cube. Aber ich habe hier auch keine Felder mehr. Da sind ja überall Gitter vor. Da könnte ich also nicht durch. Äh, ich kann gar nicht mal auf die andere Seite, ne? So, jetzt wird er abgestoßen. Ho! Okay. So, wenn ich das jetzt dorthin mache... Jetzt mach ich das erstmal weg. Jetzt liegt er dort in der Mitte. Oh. Na kacke, jetzt komme ich noch nicht mehr da rüber, ne? Oh, ich muss ja... Hm. Moment. Muss ich das einmal so machen? Geh nochmal ein wenig nach da und jetzt nach dort. Nein, noch ein wenig. Ah, nein. Ich muss noch weiter nach... Hier? Jetzt. Jetzt dürfte der wieder da drauf landen, ne? Genau, und jetzt wird es wieder angezogen. Ich muss also von dieser Seite hier aus agieren. Irgendwie. Ja, das öffnet ja das und das bleibt ja nicht offen. Ne, genau, okay. Habe ich da vielleicht Pontale? Ne, schade. Okay, ich muss also von hier aus agieren irgendwie. Ei, ei, ei. Wenn ich jetzt hier reinspringen würde, ne? Würde mir das ja auch nichts bringen. Moment, wenn ich das... Ne, das geht auch nicht. Ich müsste halt den Cube irgendwie durch ein Portal durchkriegen. Irgendwie. Ich bräuchte den Cube hier oben. Ganz simpel. Eigentlich. Von hier aus kriege ich den ja safe auch nicht gegrabt oder so, ne? Moment, aber wenn ich den jetzt hier runterfallen lasse, das spawnt ja ein neuer, ne? Ja. Muss ich den nur irgendwie hier durchkriegen. Hier rüber. So. So. Ja, warte. Ich hab... Ich hab's. Glaube ich. Mach das erstmal weg. So. Jetzt hab ich hier den Cube. Jetzt brauch ich da ein Portal und dort hinten ein Portal. Und jetzt... Ganz chillig einfach hier rüber. Okay. Wow. Das war simpler als erwartet. Ich denke, viel zu kompliziert bei solchen Dingen. What the fuck? Aber okay. Es hat funktioniert. Alter. Hey, Mel. Du hast keine Ahnung, wie hart es ist, um hier rumzulassen. Anyway. Erinnerst du die alten Turzen, von all dem Weg nach dem Boden der Facilite? Die Leute haben keine Sicherheitssysteme installiert. Ich möchte zu dem Cube... Hm, manu. Okay. Ey. So. So. Hallo. Was macht das denn noch? Irgendwas da oben. Okay. Aber das gibt mir einen Cube, oder? Ja, aber da komm ich safe nur an mit irgendwie... So. Das dreht das um. Ei, das ist ein... Möglicherweise kompliziertes Rätsel. Oder ich denke gleich auch einfach nur wieder zu doof. Ich weiß es nicht. Mach ich mal so... Ah, nee. Moment. Moment. Okay. Jetzt hätte ich schon mal den Cube. Wenn ich den jetzt... Wenn ich den jetzt... Oh, kacke. Darüber komme ich gar nicht mehr zurück, ne? Oh, Mann. Ähm. Lege ich den jetzt mal... Hier rauf. Ja, das bringt mir ja auch nichts, wenn ich den jetzt hier rauflege, ne? Habe ich zwar hier so einen Laser... Aber so prinzipiell ist mir das eigentlich... Ja, brauche ich das momentan noch nicht, irgendwie. Ich muss halt irgendwie da hochkommen. Und das kriege ich wahrscheinlich... Durch diese Portale hier hin. Aber dann muss ich das einmal anders machen. Ich muss den Würfel, glaube ich, da rüberbringen auf die Seite. So. Jetzt auf die andere Seite gehen. Um jetzt... Ne, um jetzt dort ein Portal zu schießen. Da nicht. Und hier... Um mich dann... Hier hoch zu pushen. Was nicht so funktioniert, wie ich will. Das ist jetzt ein bisschen unlucky, aber okay. Ähm. Was finde ich das auf der Seite? Geht das auf der Seite irgendwie? Ja, klar. Okay. So. Zack. Was ist hier hinten? Nichts krasses. Okay. Ähm. Hier brauche ich jetzt den Laser. Ach, macht es das für immer weg? Das wäre natürlich ziemlich geil. Was macht das hier? Er gibt mir noch einen Cube. Okay. Ich mache mal da das Portal erstmal hin. Und snacken wir jetzt den Würfel mit nach hier oben. Genau. So. Und jetzt... Funktioniert das so? Dürft ihr eigentlich, ne? Verdammt. Okay. Ich habe ja da ein Portal. Mache ich das so. Genau. Jetzt das Portal dorthin. Ah, okay. Jetzt muss ich, wie es aussieht, nochmal auf die andere Seite kommen. Und das mache ich. So. Oh, warte mal. Ähm. So, und... Ich muss den Würfel erstmal weg. Nicht, dass ich den mit rüber nehme. Ah, ich brauche hier einen Würfel, ne? Ja, klar. Okay, Moment. Moment. So. Jetzt bin ich schon mal auf der Seite. Ach, das dürfte der eigentlich... Das dürfte ich hinkriegen eigentlich. Zack. Und... Ich kann ja auch so hier hoch. Den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Eigentlich kann ich das ja auch so machen, ne? Warte mal, jetzt würde ich nochmal da hoch. Aua. Oh. Oh. Well done. Test-Subjekte rated das als einer der schwersten Tests in diesem Track. Ich habe gehört, dass es von zwei besonders krühen Wissenschaften gemacht wurde. Ich verstehe nur nicht, warum das unbedingt so ein, so ein, so ein, so ein Laser-Würfel sein musste. Ne. So, jetzt haben wir schon mal einen Cube. Der muss... Äh. Der, der da drüben. Ui. Okay. Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen weiter um. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal kurz den Cube mit. Okay. Ja, und legen den jetzt hier rauf, weil... Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oh. Hi. Okay. So, was kriegen wir hier? Noch ein Cube wahrscheinlich, ne? Ja, alles klar. Ich kann hier immer wieder hochkommen. Okay, mit dem Cube muss ich, wie es aussieht, auf diese andere Seite dort hinten. Okay. Indem ich... Hier ein Portal oder so mache. Hier ein Portal oder so mache. Und hier... Ich mach das mal näher dran. Dann kann ich jetzt vielleicht da sogar so reinjumpen einfach. Der Cube kann schon mal rein. Ich auch. Alles klar. Gut, dann hat das so... Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber... Anders hätte ich mir das jetzt nicht erklären können. Ah, ich brauche aber... Beide Cubes. Okay. Und noch mehr. Ah, okay. Oh, jetzt würde ich erst... Wie komme ich denn jetzt erstmal da zurück? Äh, achso, wahrscheinlich. So. So. Ja, muss ich ja irgendwie, ne? Aber das zieht mich ja jetzt an. Aber ich brauche ja das Portal dort. Moment, ich mach das mal... Okay. Das hat funktioniert. Dann kann ich mich jetzt zurückziehen. Das klingt gut. Aber ich muss aufpassen... Dass ich meine Portale nicht wegmach. Nun, das geht ja auch einfacher. Einfach nur ein Cube holen. Das ist blauer Portal. Alles klar. Und jetzt... Einfach hier durch. Hey. Ah. Okay, ich denke langsam einfach. Ich denke nicht mehr so kompliziert. Deswegen geht das schnell. Nice. Ah, ich bin begeistert. Huh. Okay, Leute. Aber das war es erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein. Ja, ich bin bei... Und das war es mal Camera.